Es ist das Schönste, was jemals existiert hat. Scheiße! Und ich hab's gesehen. Wie viel ist das Ding wert? Das geht nicht um Geld. Hey, warum schmeiß man sich einfach raus? Der Heimdienst läuft nicht amok wegen irgendeinem Scheißzimmer. Es geht um das Bernsteinzimmer. Die Kette ist gewissermaßen der Schlüssel zum Versteck. Mach den Ruhm, schau aber stark. Und jetzt? Mach ein 50-50. Nein. 10 Prozent. Mehr ist nicht drin. Na toll. Der Heimdienst geht weg. Ich weiß, du bist nicht drin. Oh. Ich weiß, du bist nicht drin.